Noch ein bisschen weiter gehen sie Echt? Ja Das ist ja ein ganz sinniger Puck Na hier ist auch noch ein Dude Ja und ich mach schon wieder aus da Was hat das halt? Oh fuck Oh Spieler oder was? Jo, Spieler Hast du das gesagt oder? Nein Ich hab gedacht dass du schießt einfach Oh fuck kriecher Das hab ich gesagt Oh die sind direkt hier oder was? Ne Ah die laufen links rum Oh fuck ich häng irgendwie Aber wen geht das? Keiner ist bei mir Ich komm grad noch nicht rum Oh ja Oh Oh leih Der hat mich grad angeguckt Der andere ist Richtung nur russen Woher weißt du wo der Typ bist? Hast du ihn gesehen? Ne Toilets gesehen auf 30 Grad Ich bin ein bisschen weiter voran Oh Irgendwo muss der noch sein Ich fäng grad die Leiche nicht mehr Ich fäng grad die Leiche nicht mehr Ich möchte die Leiche bewachen wenn du rumrinst Ok hab die Leiche wieder Ja Das hört mich vielleicht auch mal hier an Ich hab nur zwei Balken Ja hier ist er Oh fuck ich bin fast tot Ich bin fast tot Ich bin fast tot Ich bin noch nicht Haben Sehr gut Oh fuck Jetzt hab ich die Oh man kann die Lebenskraftspritze abbrechen Sehr gut Christian Hast mir grad nen Arsch gerettet Ok Der hat nur auf dich geschaut Das war der Vorteil Also ich stand eigentlich auch offen Aber er hat mich übersehen Weil er voll auf dich fokust war Ja ich hab da nur zwei Balken Also der hat mich fast komplett Die zweite Reiche ist hier drüben Oh fuck Direkt bei mir Oh fuck ich hab so verkackt Direkt drauf Auf mir drauf Auf mir drauf ist der Fuck Wenn du raus gehst rechts die Treppe hoch Oh fuck Die haben eine Flashbomb Ich werd noch nicht auf der Hand Also der ist genau auf meiner Lecke Auf immer Die haben halt Flash hier hoch geworfen Ich seh nix Ok Jetzt wieder Ist der immer noch auf dir drauf? Ja in meiner Nähe wahrscheinlich Genau so ich noch mehr Auf Wackenfest Genau so ich noch mehr Ist rumgelaufen im Decke? Ja Bei dir wieder Ist wieder da da Push her Hab einen Bin fast im Arsch Muss Blutung stoppen Hab kein Leben mehr Hab kein Leben mehr Hab kein Leben mehr Hab kein Leben mehr Ach fuck ich hab ihn noch einmal erwischt Hab ein Potenziell Hunde lieber oder Potenziell Brecher Da wurden Raben aufgescheucht Enten bei den Hunden Ja klar auch ne Ja ist auch geil Jo spiele nahe dran 150 Meter oder so Und warten genau Ja pass auf Die Hunde kommen Wer wirst du nicht machen denn Hab einen Hab mich Hab mich Papa ist tot Nice Keinen anderen hab ich Oh fuck Ja Ich bin tot Fuck Da kommt jetzt noch ein Brecher Sprecher Sprecher komm her Komm her Komm her Ich hab ne Leuchtpistole für dich Ok der brennt Im ersten hab ich Richtig gut erwischt Im zweiten hab ich nur einmal Körpertreffer gemacht Alter Also ich Muss kurz hier Ich nehm mal Erste Hilfe Pack Ok Ok Wenn wir Glück haben Haben wir zwei Einzelspieler Als Gegner Ja dann Hier ist rechts hineingang Müssen wir noch gut Sicht haben Dann auf die Ich sehe ein Hab einen Hab zwei Ach dann hab ich auch noch beballert Ich weiß nicht ob dann noch einer ist Gehen wir mal davon aus Also einer müsste auf jeden Fall noch leben Wenn nicht Oh oben drin Oben drin im Fenster Ich bin so kugel wie tot Habe ich irgendwas zum werfen Habe ich irgendwas zum werfen? Nö Oh doch hab ich Ich hab ein Lebst du noch? Hast du noch das? Hast du ihn? Nee 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 Ich hab mit dem Dynamit die Glocke geläutet Ich hab mit dem Dynamit die Glocke geläutet Aufpassen Wir können Oh ja ich glaub ich sehe Spiele Vor uns vor dir zu sehen Äh warte nicht schießen Fuck Ja Und ich glaub ich hab Spieler gesehen bei 30 Na ja jetzt ähm Ja Ich werd vergiftet Ja Ich hab's verglebt Ich geh näher dann Ich dachte ich mag den mit Boden Oh fuck ich werd Ja das sind die Spieler die ich meinte Sorry mein fuck Ich geh ran Ja ich bin quasi im Arsch Hab beide Sehr gut Hab den einen umgeschrotet Hab den zweiten mit der Schrot gehütet Und dann mit den Danks gefinisht Mit Crossbow Sorry Sascha Mein fuck up Aber Crossbow war grad jetzt cool Ja Lebenskraft Spritz hab ich immerhin wieder gekriegt Also Oh ja was mach ich Okay Das war dann eventuell Damage vorlauf Schlecht Das war gefailt aber Kommen die schon? Ja Oh fuck Werden wir beschossen? Ja Hinter uns Das ist jetzt richtig scheiße Ich hab den mal einen Stachelbomber rüber gebraucht Ich hab den mal einen Stachelbomber rüber gebraucht Oh fuck Oh fuck Habe ihn Ich bin fast hoch Irgendwo hat der andere geschossen Der steht weiter hinten Der steht weiter hinten Rest Westen Ich gebe ihm mal ne Spritze Wer ist am besten der Typ Wer ist hinter deiner Stachelbomber Ich hab ihn Ich hab ihn grad auch eingekillt Du hast ihn eingekillt Ne ne Ich seh den nicht hinter meine Stachelbomber Oh da Fuck Ich glaub ich hab ihn Lang so ja Ja ich hab ihn Ja sehr gut Wo Nordwesten Bei mir irgendwo Ich sehe ihn von mir Ah ja ich sehe Perfekt Nice Das Team haben wir schon mal